servus willkommen zurück bei zivilisation heute fangen wir erst mal damit an dass wir unseren spion bewegen und zwar amsterdam so ich hätte jetzt ein paar leider vergessen dazu ziehen obwohl wir wussten dass es da nichts gibt so die textur sind ich ja schön was ich kurz ansprechen wollte ich habe auf steam also auch unter anderem durch den anderen player gesehen dass das spiel rausgekommen ist das kann ich wie alt es jetzt ist bei ledel entfernung oder so heißt es ist das sei ganz interessant aus das werde ich auf jeden fall mal anschauen und besorgen und wenn es mir gefällt werde ich es eventuell auch letztlich also was ihr lust habe was ich lust haben können wir gleich upgrade oder so gegen marina halten so die galleasse ist ja die erstes erste bootes auf die dunklen ozeanfelder vor kann so hat es gesehen haben nicht ach das kann nur drei fälle verfahren nö das kann nicht ach so quatsch die karabelle los ich hatte mich da die ganze zeit dann bauen wir hier mal gold haben wir gerade wieder wenig und viel theater für kultur da bin ich auch relativ wenig haben wir festgestellt washington hat ja gerade krieg gegen isabella weil wir die ja bezahlt haben kultur genau da wollte ich jetzt die meritokratie machen weil und zufrieden hat doch teilweise sehr ärgerlich ist mache ich jetzt auch nach mir gleich fünf mehr vor allem wenn wir die fertig haben kriegen wir ein kultur in jeder stadt das haben wir sagen wir schon indem wir den einfach das erste hier durch einführen haben wir den schon bekommen wenn wir alle haben bekommen wir eine kostenlose große persönlichkeit nach war schon mal nicht schlecht der wissenschaftler zum beispiel nicht schlecht so der wort da sollte soweit alles gut aussehen die stadt schauen das macht es nicht wirklich anders sieben nahrung das reicht eigentlich deswegen das ist das handelsposten da auch deswegen baue ich meine straße genau das ist eine gute idee eigentlich vom pc so vatikan schon unsere neue stadt ist endlich befreit nicht weil ich was nachschauen wollte die haben vier nahrung 23 runden das war das mit dem gab 90 gestorben egal geländefelder kaufen genau obwohl das dieser welt wird die glaube ich nicht so erfreuen aber dann können wir leider nicht helfen ich will die geländefelder für mich allein weil die breite sicher hier auch aus nach süden und wir eben nach nord und da sie auch drei felder hat habe ich jetzt hier an der grenze alles gekauft damit die doch nicht weiter sich weiter ausbreiten kann und da muss ja auch schon dass sie könnte man eigentlich relativ einfach weg ziehen wo ist schon wieder hier verbracht es ist nicht wunderschön es gibt gleich egal aber erst mal nicht so vatikan start wieder natürlich nichts weil die kostet nichts bauen auf den mittelgern schädlichkeitsgrad auf den hohen haben wir natürlich alles auch irgendwie merkwürdig gewertet ist ja das ist du ist du wirst du 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 Das ist alles gut. Ja? 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 Ja gut, ihr seid in der Vergangenheit kriegerisch vorgegangen, ist, glaube ich, eher ausgegraut, weil sie ja uns angegriffen haben, deswegen ist das nicht so belastend. Sie begehren Ländereien, die sich in eurem Besitz befinden. Haben sie uns denunziert, das war ja vor zwei Folgen oder so. Und weil wir Vatikan schon eingenommen haben, mögen die uns auch nicht wirklich... Äh, was haben die denn? Äh, die brauchen eigentlich alles, also geben wir denen mal... Zitronen? Wale? Was wollt ihr dafür? Alles klar. So, immer noch drei Zufriedenheit. Irgendwann so eine tolle Boni von der Kultur. Und das Spiel mag ich schon wieder nicht. Oh Gott, das ist denn da los. Sollte vielleicht nicht immer alles im Hintergrund laufen lassen. Wir fahren mal da runter. Wenn das Spiel mich lässt. Äh... Ich wollte übrigens noch was äh... sagen und zwar... Ist doch der denn da? Das wollte ich zu heiß nicht sagen, aber egal. Auf jeden Fall... Äh... Und nun setzt er sich hin ans Ruder und steuerte künstlich über die Flut. Also... Was ich sagen... Willkommen in der Renaissance. Was ich sagen wollte... Äh... Wie ihr vielleicht wisst, oder auch nicht, wenn ihr neu seid... Wenn man left for that... Let's play am laufe. Der Chuck Norris und ich. Und... Wenn ihr da vorbeischaut, das wäre echt cool. Weil da haben wir auch, glaube ich, momentan ein Gast dabei in den Folgen. Ist auf jeden Fall lohnenswert, da vorbeizuschauen. Und... Äh... Wir haben sogar schon ein neues Together-Projekt mit dem auch aufgenommen. Ich weiß jetzt nicht, wann die Folge rauskommt. Ich hoffe mal, dass jetzt... Äh... Morgen mit dieser Folge hier rauskommt. Da bin ich ja nicht zu viel Spoiler. Weitens sollte die heute kommen, aber... Da ist wieder aus schiefgelaufen. Kennt das ja, wenn man da... Was hochlädt und dann kackt das Internet ab oder so. Da muss man alles neu hochladen. Ja, jedenfalls lohnt sich das da vorbeizuschauen. Kann ich nur empfehlen. War auch sehr lustig die Runde mit dem Gast. Naja... Also mal weiter in Civilization hier. Wir wollten hier eine Straße bauen. Und zwar nach... Ich traue dem Kopf jetzt einfach mal, dass sie das jetzt richtig machen. Nach Stockholm, bitte. Und... Ja, genau. Forschung habe ich ja gerade, äh... Ausgewählt auf Schießpulver, damit wir endlich Musketiere bauen können. Und kein Eis mehr brauchen. Weil wir haben ja leider keins. Äh... genau. Die Siedler waren hier. Und dachte... Seit wann können die einfach durch uns durchlaufen? Was? Ich... Blick gerade nicht durch. Können Siedler immer durch, äh... Wecken nicht weg? So... So... Ne... Äh... Klingen die ja einfach durch. Nein. Und offene Grenze oder so... Wo war das? Das hab ich ja letztens mal nachgeschaut. schaut alles verlauf aktuell veröffentlicht ich habe mir offene grenzen angeboten stimmt damit er zu isabella überlatscht aber macht er anscheinend nicht wirklich oder zwischen zwei stück gut das heißt dass er wahrscheinlich wie schon vermutet irgendwo hier der mitte siedelt oder weil ich auch eine einheit hat es würde mich nicht wirklich stören weil kann man ihn später ein washington mark uns sowieso nicht mehr das heißt wir werden früher oder später bekämpfen müssen da kommt das ganz gelegen dass er für uns die stadt aufzieht und wer da nicht so viele reinstecken so es lohnt sich eigentlich nicht so wohl goldenes zeitalter und hat dann der kostenlose die kostenlose persönlichkeit doch 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 wenn man das war eine kostenlose persönlichkeit sonst kann man hier auswählen großer admiral leben für die sehen großer general für landeinheiten für produktion händler für gold wissenschaftler für eben wissenschaft und künstler für kultur kann er eigentlich noch was anderes besonderes gold ist ja das kann jeder so spielt er kann es noch eine es ist eine forschung sofort werden es ist auch ganz nützlich aber ich glaube ich mal den künstler obwohl der ist auch nicht schlecht nämlich denn als erstes so schauen wir nach wie er heißt unser guter ingenieur nein sie cool jetzt haben wir ingenieur und die pflanzen wie ihr natürlich in die hauptstadt und da scheint guter platz zu sein plus vier produktion für hügel wäre es wahrscheinlich ertrags reicher weil wir damit ihren baumhof inbauen könnten aber das ist jetzt nicht so schlimm deswegen weg damit die straße im gebiet verläuft später dann genau so war es hier noch mit weiter hier die eigentlich schon dritter sein sollte sieht nicht so aus so goldes zeitalter haben wir jetzt alle fertig haben das wieder etwas sicher kohle und das hier gut dann neues bauprojekt für rotterdam da eben hier ist zwar obwohl die kampfschmerzen angkor Wat agia sophia ist eher unwichtig was man vielleicht bauen könnte sie im universität von oxford eisenhütte wobei alles in der vatikanstadt benötigt wird zirkus maximus wäre auch nicht schlecht nationale epos nicht nötig unbedingt ja egal dann bauen wir hier die wassermühle und schauen dass wir im vatikanstadt eine werkstatt und eine universität kaufen weil zur produktion dauert die glaube ich zu lang genau er läuft dann durch vielleicht geht er doch woanders hin zum siedeln ich weiß auch nicht wie man effektiv die beziehung wieder verbessern kann man könnte den leuten natürlich was schenken jetzt kann man hier drauf klicken und handel und ich gebe ihm einfach mal 5 gold das schiffchen das hier nicht weiter kommt dann fahren wir gleich wieder zurück und er kommt die andere seite so so haben wir grad abgegradet deswegen wollen die wieder irgendwo hinlaufen Outrop Bauernhof fertig wie sieht es denn aus äh ok äh wie wärs denn mit Sägewerk hier da lauf man mit gut aber ich werde hier erstmal die aufnahme selbst der wort wieder und bis dahin tschau